Was ist das Numerologische Tageshoroskop für Montag, den 5.01.2015 mit einer geschlossenen Fünf? Montag werden wieder viele Menschen arbeiten, ihrem Alltag nachgehen. Die Fünf vorne bedeutet, es geht um unsere Stabilisierung, unsere Stabilität und natürlich auch mit der Eins um unsere Einstellung dazu. Sind wir unzufrieden auf unsere Arbeit, dann wird uns die geschlossene Fünf auch kein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Es geht um unsere Einstellung und unsere Zufriedenheit. Wir sollten uns an diesem Tag wieder bewusst werden, dass das, was wir leben, auch etwas ist, was eine Größe darstellt. Sind wir uns dessen klar, dann werden wir uns auch wieder stark und selbstbewusst fühlen. Sind wir uns dessen nicht klar und schwächen uns selbst, weil wir unzufrieden sind, dann kann es sehr wohl sein, dass die geschlossene Fünf uns auch wirklich eine Unsicherheit beschert. Wir sollten darauf achten, was wir leben. Die geschlossene Fünf zeigt uns dieses für diesen Tag. Die Fünf vorne bringt uns die Sicherheit, die wir brauchen. Können wir diese akzeptieren und sind stolz darauf, wird es uns gut gehen. Wenn nicht, werden wir immer wieder das Gefühl haben, dass wir uns nicht sicher sind, dass wir uns sicher sein können. Ich danke fürs Zuschauen.